Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und mit dabei ist Rohan. Hi! Äh, Alter ist sehr laut, ok. Äh, und heute spielen wir wieder Badwars. Äh, und ja, ähm, willst du was von dir sagen? Ja, ich bin ein Freund von Jonas. Ok. Nicht wundern, ich bin schlecht. Ja, ich bin auch schlecht, das wissen sie schon alle. Ok. Äh, Dua, Badwars, ok. Und ja. Ja, ich hab sonst kein anderes Opfer gefunden, das mit mir spielen soll. Dann hab ich Rohan geopfert. Oh, ach, gerne, danke. Ok, ich bau dann direkt das Bett ein. Äh, ok. Ähm, ich muss mal meine Renderdistance hochschalten, Grafik, so, ach. Ich hab die Grafik, das Grafik Dings meistens runtergeschalten wegen, weil ich oft Dings spiele. Mit, mal, mit einem Mod, der, sorry, der laggt eher bei mir. Ich versuch ein bisschen zu fastbridgen, ich bin aber nicht sicher ob ich es schaffe. Okay. So, ich bin... Ach so, da ist es. Ich hab ein Halbessen nach dem Bett gesucht. Okay, okay. Ich versuch ihn mal. Okay, ich war einfach so. Ist schon jemand da mit? Ne, eigentlich nicht. Bringst du mir noch Blöcke, dann sind wir gleich drüben. All zuerstes. Jo. Okay. Komm, komm, komm. Äh, danke. You're welcome. Äh, bei uns sind welche? The base. Alles klar. Äh, RIP. Kill sie. Ist unser Bett weg? Ja. Ah, okay, ähm. Äh, das wird rausgeschnitzt? Ne, okay, nicht, aber... Okay, play again. Ja, ich hab die halt... Ich hab die nicht gesehen. Ich auch nicht. Die haben von der rechten Insel rüber gepusht. Von einem Win ist schon drin. Ja. Das letzte Mal haben... Das letzte Mal hat Alex, äh, Hanavin, also den kannst du nicht... Alex, Hanavin und ich haben da zwei Wins hintereinander geholt. Und von zwei... von zwei Spielen. Das hätt ich... Läuft. Das hätt ich mir auch nicht erwartet. So. Äh, ich baue ihm schonmal drei Eisen. Und da ist auch sehr viel mit... Glück verbunden. Ähm. Ich hab einen Block platziert und da bin ich runtergefallen. GG. Okay. Weißt du, wo hier Eisen spunt? Was? Ah. Ja, ja, da drüben ist man da Eisen. Ich bin runtergefallen. Ich wollte mich drüber bauen, aber ja. Ich sag mal nicht mehr dazu. So. Warte pushen. Ich hole mir auf jeden Fall Knockback-Stick. So, ich hab zwei Eisen für dich, kannst du näher Brustplatte und ein Dings machen. Ja. Okay. So. So. Ich schalte dich noch mal ein bisschen leiser. Weil oft mal ist es irgendwie lauter. Okay. So, ich probier... ich fahr mal ein bisschen Lehm, damit ich unser Bett mit Endstone einbauen kann. Ja, stimmt. Ich finde auf GOMM ist das Trading-System immer noch voll in Ice. Ja. Weil auf Hypixel erkenne ich mich einfach gar nicht aus. Es geht nicht zu schnell, es geht nicht zu langsam, dass du wechseln kannst und du bekommst auch relativ schnell Mats. Ganz früher war das immer so mit normalen Villagern gehandelt. Also das man einfach so in Medaille legen musste, das war dann... Das war dann recht schwer schnell zu craften. Also schnell zu... Schweden? Ja. Hier ist übrigens Eisen noch. Hier liegt noch Eisen. Ich schmeiße das eine hin. Ich baue gerade das Bett ein. Was ich mich gerade frage... Ähm... Können eigentlich die Items, die zum Beispiel beim Eisen-Spawner, können die nach 5 Minuten die spawnen? Oder sind die eingestellt, dass die nicht die spawnen? Äh... Nein, die die spawnen nicht. Also... So wenn zum Beispiel es ist ja manchmal so, dass du übel den langen Endfight hast... Dann... Die spawnen die nicht. Also du kannst so mitten in der Runde zu Gold hingehen und du hast irgendwie dann 80 Gold oder so. Ach du? Da kommt jemand... Jaja, ich hab 16 Gold, ich hab 16 Gold. Ach. Okay. Alter! Der einer hat mich versucht runterzuschmeißen, der ist irgendwie zu unserer Basis gekommen, aber hat es nicht geschafft. Okay. Hier kriegt sie die Hälfte Gold. Jo, was? Ich hol mir direkt den Boden. Ja, ich auch. Der zweitbeste geht perfekt aus. Ähm... Warte haben die alle da. Okay, der hat einen Diamant Infinity, okay. Äh... Hier ist noch einer Eisen. So. Okay. Wir können auch später ein anderes Spielmos spielen, wenn du willst. Mir ist ganz egal. Mhm, passt schon. Probier mal Gold zu sminken. Ich geh mal zum anderen Team. Versuche zumindest. Äh... Ich bagge ein bisschen. Ich hoffe, ich werde nicht runtergeschossen. Ich glaube aber noch niemand hat Gold. Außer uns. Ich glaube wir sind wirklich die einzigen Gold haben. Weil sonst wäre nicht so viel gelegen in der Mitte. Ich hab 16 Gold auf einmal bekommen. Das ist schon viel. So. Warte, das ist die Map. Hab ich. Auch ich fiel essen in dem Modus. Ich hab lange nicht mehr gespielt. Alter, als ob ich den nicht treffen würde. Warte, bei welchem Team bist du? Okay, seh dich. Hinter dir kommt eine A... Achtung. Schaust du ein bisschen drauf? Jo. Alter, ich hab Legs. Ich hab Legs. Okay. Ich hatte kurz Legs. Das ist immer scary. Oh, hab ihn einmal. Probieren alle in die Mitte zu kommen. Ich hab ihn gekillt mit Bogen. Willst du geil pushen? Ja, komm mit. Kommst mit. Ja, ich komm noch. Okay. Äh. Ich wär grad fast selbst runtergerufen. Okay, okay. Ah shit. Äh, vergisst dich. In welcher Höhe habt ihr denn da gebaut? Ha. Als ob der so schlecht wäre. Tch. Alter ist der Noob. Ah, du bist das. Ich hatte grad Angst. Okay. Lass draufgehen. Wir müssen erstmal den guten killen. Jo. Er hat einen goldenen Schmerz. Ah, okay. Hab einen. Okay. Ähm. Wir müssen die einbauen. Mach du Blöcke. Mach du Blöcke. Ähm. Warte, warte. Komm raus, komm raus, komm raus. Alter, der hat mich gleich. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich schwöre. Nein. Ich hab halbes Herz. Ich glaub, ich glaub. Hast du's? Okay, ich hab halbes Herz und hab keine Regeneration. Was hier noch rauskommt. Ich kill ihn noch nicht. Stopp. Wir haben einen. Hast du Essen für mich? Kannst du Essen craften oder hast du Essen? Komm herunter. Ich bin hier unten. Wo? Hier unten bin ich. Hier, hinter dir. So weit. Ich hab halbes Herz. Wir haben mich fast wieder rausgekillt. Ja, ich hab Essen für dich. Okay, gib schnell, gib schnell. Ah ja, das Team ist ja ausgeschieden. Okay. Warte, du hast wieder das Essen bekommen. Ah, craft schon. Du hast wieder das Essen bekommen. Okay, warte, ich gebe mir einfach welches craften. Ich muss auch essen, Bro. Ich crafte uns weiter, okay. Ah, warte, ich brauch auch Blöcke. Oder brauchst du noch überhaupt? Äh, ne, ich hol grad das Silber. Ich bin, ich geh und zurückfinde mich, dass die uns... Ja, stimmt. Alter, unser... Und, wir sind Team... Unser Bett ist schon abgebaut. Nein. Doch. Okay. Das einzige Team, was noch bleibt, ist Team Blau. Das ist genau gegenüber von uns gerade. Okay, jedes Team ist jetzt... Okay. Dann... Ist das Bett abgebaut worden. Okay, warte, warte, warte. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen eher hoch gehen, weil wenn die uns hier... Äh, wenn die uns hier jetzt... Haben, ja. Dann... Wenn die uns hier jetzt einspannen. Warte, willst du eine bessere Rüstung? Ich kann... Ich hab 14 Gold noch. Äh... Ja, ja. Ich mach dir mal einen Start. Ich baue mal ein bisschen die Brücke ab. Ich... Ich könnte runtergeschossen werden, aber ich glaube, das ist es wert. Ich glaube auch. Oh... Okay. Okay. Ich sehe einen. Einen grünen. Ich kann ihn runterschießen, wenn ich... Wenn ich es schaffe. Er ist von alleine runtergefallen. GG. Ja, Mann. Ja. Warte, ich nehme mir das Schwert mit. Okay. Ja, warte, warte. Ich habe jetzt die Brücke abgebaut. Ach, danke schön. Wie ist denn das Iron Sport? Oh. Hast du so viel Eisen gehabt? Das Leben... Ja. All so viele Golds. 14 Gold, ja. Okay, das Leben noch. Wir sind 2 gegen 1. Okay, ich sehe ihn. Er rennt zu unserer Insel. Wirst du noch mal einen Gegner? Ja. Okay. Komm, den nutzen wir. Okay. Wenn wir jetzt verlieren, das wäre schon Schande über uns. Ja, geht. So, 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 so. Okay. Er will mich mit Bogen runterschießen. Okay. Plätze Blöcke hinter dir. Damit er nicht getroffen. Plätze Blöcke hinter dir. Ich bin hier als Selbstbord. Was essen? Kann ich hier hoch? Ich gehe hoch. It was at this moment that he knew. He fucked up. Was? Hat der Bogen für einen Knockback, bitte? Hat er dich? Nein. Doch. Was hat der Bogen? Ich bin... Okay. Ich dachte, das ist normaler Bogen. Ich glaube, der hat den besten Bogen von allen. Bist du tot? Nein. Nein. Wo ist er, wo ist er? Probier was. Okay. Oh, Schmidt. Ich habe eine Idee. Du bist blau. Nein, du bist dir galt. Nein, nein. Nein. So, ich bin bei Grüngrad. Hi, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Bist du für deine Basel oder wo bist du? Ich bin da, wo du gestorben bist. Dahinter. Okay. Ich wollte einen 2-Hand-Dekopper machen. Okay, jetzt. Hey, warum hast du keine Rüstung an? Warte. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Du das Schwert weg. Du das Schwert weg. RIP. Nein. Was ist das Schwert? Oh mein Gott. Ich bin... Ey. Aber Zweiter. Ja, ja. Problem kann ich. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Ist das... Die... Warum ist hier ein Loch? Alter. Hier ist... Ich war einfach da runtergelaufen. Hier ist einfach ein Loch. Beste Map. Das baue ich erstmal zu. Ich baue das... Ich baue das Bett danach. Ich baue das Bett mit Dings zu. Mit Einstein. So, so. Endstone. Okay. Ich bin runtergefallen. Okay, dann baue ich mich rüber. Ich habe hier den Einstein. Ich hole dauernd weiter Endstone ran. Für das Bett. Okay. So. Ich habe dir halt jetzt ein bisschen links gespielt. Ah, hier kannst du dir Zeug machen. Zwei Eisen habe ich für dich. Okay. So, so, so. Jetzt erstmal eine Rüstung. Das Video wird dann wahrscheinlich übermorgen kommen. Ja. Oh ja. So. Äh, 49. Jetzt, ich brauche noch Essen. Jetzt, ich brauche noch Essen. Das darf ich diesmal nicht vergessen. So. Okay, ich baue hier meine Sicherheit. Ah, okay. Den Block hast du schon zugebaut. Ich wollte den gerade zubauen. Ich habe mir kein Risiko bestellt. Äh. Ich habe schon gesehen, wie wir mit voll Equipment rüber laufen und dann einfach runterfallen. So. Ja. Ja. Einfach random. Ich kann nicht gut, äh, mich hochstacken als mit Schleichen, deswegen. Jetzt kriege ich gerade recht viel. Du kannst das für mich. Die ein Team, zwei Teams sind schon raus. So. In Gelb fast, weil da lebt noch einer, aber sonst sind wir. In 2v2. Okay, ich gehe im Winter. Okay, wir wissen 2v2. Ich habe vier Gold. Ich warte noch auf 1 Gold. Hier kommt einer, hier kommt einer. Ich komme runter. Ich komme runter. Ich komme runter. Hat mich. Nein, die haben einen Bogen. Ich bin drückt. Äh, die haben einen Bogen. Ich bin drückt. sie hat mich so schnell ich versuche mich so schnell mehr ich zu equipen falls du stirbst warum macht der bogen zu fischer er hat mich ich habe vier zwei eiswitter für dich für zeug achtung er hat ernst an achtung er hat oben ja ich weiß Achtung wieso ja er kann die ohr okay jetzt noch schnell Rüstung was die überhaupt andere Rüstung auch als die Leder Rüstung schon ja okay gut wieviel kostet Gold Apfel 2 Gold und was gibt's noch eh deines Beamten schaut dauerhaft zu okay ich habe ein bisschen zu Achtung er kommt ein paar einfach alles mit mit links zu mit glöckchen egal mit welchen damit wir sie so ah chest 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 wer der post bänt uns jetzt okay warte warte ich höre mir der holt und erholt unterhalten okay es geht ja so es ist es bleibt immer noch nicht oben okay ich gehe ich versuche mein bestes Oh mein Gott Warte, ich snick mir mal das Leben und bauch da unten zu Was, 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 was? Okay, okay Bau dir zu, dass wir beim Villager Traden können, oder? Ah, ich bin gleich tot! Ah, lauf! Oh mein Gott! Abdo, er kommt, er kommt! Knockback sick! Ah, ich bin tot Ja, ich bin auch tot, rip Wir müssen auf den Affen gehen, los! Die ganze Zeit, die ganze Zeit Okay, sie haben unser Bett Lauf, 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 ich laufe Ich laufe, ich laufe Ich laufe, ich laufe Es tut mir leid, ich muss dich zurück Was, er hat mich mit dem Bogen runtergeschossen Okay, die Runden laufen gerade nicht so gut Jedoch, wir kommen ja immer in den Top 3 Teams Okay, stimmt auch wieder Außer bei der ersten Runde Der hat dafür, glaube ich Achtung Der hat, glaube ich, dafür auch 1.000 Dollar zu bekommen Als Belohnung Das war sicherlich auch eine gute Promo für den Server, wo er gespielt hat Ja Verlicht? Ja, okay Ah, warte, ich bin noch nicht drüben Und die Blöcke? Okay, passt schon, passt schon So, äh, Eisen haben wir Ich hab zwei Eisen Drei Eisen, warte, ich warte noch auf 4. Dann bringe ich's drüber Ja Ja Okay Bitte Bam 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 Ah, ich hab keinen Bronzen mehr Okay, hab's Shit, ich hab zwei mal Schuhe Äh, warte ich einfach weg Äh, warte ich einfach weg Nee, die Dings Schulkost, nee, nur ein Ja Ein Eisen Warte, wie macht man sich denn Chess? Okay, ein Eisen Okay, es sind schon welche in der Mitte Es waren schon zwei Teams in der Mitte Soll ich drauf gehen? Also soll ich mich drüber bauen? Äh, jo, fang an Ich bau inzwischen noch das Bettfertige ein Dann komm ich mit Legen ist, wenn du dich in die Mitte baust, mit das Schlimmste, was passieren kann Ja, weil, äh, ich auf einmal war, sind die, also ich Also ich So als Als die Blöcke unter mir sind kurz weggegangen und wieder gekommen Und ich bin so kurz in den Block gepackt Also, weil ich minimal runtergefallen bin Cool Äh, ich hab die heißen übrigens Du kannst, wenn du willst, in die Mitte Ja, ja, habe ich auch Später useden können So Und so bei sich schon dein Äh, was ich dir empfehlen würde, ist, äh Also immer probieren, dass Zwei Blöcke vom Bett Äh, dass man mindestens zwei Blöcke abbauen muss Okay Weil Sonst, sonst könnte ich sie einfach vorne reinbauen und haben direkt das Bett Und bringt uns sonst da auch nicht viel Ja, okay, stimmt Das hab ich früher auch immer dafür lang gemacht Wow, okay, ich wär grad fast, äh Ah, da ist jemand, ich geh weg, ich geh weg Ja, ich bin Leichter, ich empfug mich nur noch ganz schnell Okay Ich glaube, er hat mich nicht gesehen I hope Ich bin mit da Nice, ich bin Leichter Ich baue mich da dran, ich baue mich ein Ich komm rüber Okay, komm, ein Gold mindestens Ein Gold meine ich das viermal Gold spawnt hier Ich bin drinnen übrigens, falls du Ah, ich hab jetzt vier Gold Okay, ich geh zurück Du hast dich von jeder Seite eingebaut, okay Nein, der eine war schon drinnen und dann ist er abgehauen und dann bin ich reingegangen und dann war schon das meiste zu Okay So, Eisen Okay, ein Obo spammt mich Ich kann mir einen Bogen machen, also mit einem Pfeil und einem der schlechtesten Bogen Aber die Pfeile tun weh Ah, okay, ich dachte gar, das ist so ein Gegner Okay Okay, ich muss wirklich mein Aim verbessern Der eine ist einfach runtergelaufen, weil er dachte, er macht den Jump auch ohne springen Und ich wollte den gerade runterschießen Okay, ich glaube ich geh zu, Gelb Ah, Gelb hat schon das Bein Weg Ich sollte mehr Aufmerksamkeit auf meine Umgebung geben So Hast du gestorben? Warte, ich stopiere Wenn du willst, können wir auch noch länger zocken Okay, Team Blau Team Blau pusht Arbeit Nein Okay, gut Wenn du willst, können wir später auch noch länger zocken Und dann machen wir das auch Wir können das auch mehrere Paar zu unterteilen Jo, gerne Ich hab... Okay, ich hab vier Gold Lohnt es, weil ich fahrt auf den nächsten Job noch, dann komm ich wieder rüber Äh, ja, ja Dann kannst du dir einen Bogen machen Hm Wie viel Gold kostet dein Bogen? Äh, drei Gold für den Bogen und 1 für den Fall Okay, die haben alle Infinity Ja Okay Äh, kein Mensch würde sich in Bogen ohne Infinity kaufen Nein Ahn, die Bogen sparen Ah, ja, es ist ja Rüstungen Ah, da kommt jemand Was? Ich brauch mir einen Knockback-Stick Ah, ah, ich hab Angst Ich hab Angst, Mama Warte, ich hab mir nichts zu verlieren Ich, ich, ja, warte Nein Ich bin jetzt die Basis Komm her Oh, 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 ich hab Angst Äh, ich geh hinten hoch, ich geh hinten hoch Okay Okay Hallo Verpiss dich Geh runter damit Runter mit, jetzt Alter, wie kann der mich kriegen? Hab ihn Ja, er ist runter Alter, der hat mich so ges... Der hatte so einen guten Platz, um mich zu schlagen Dann hab ich ihn nie gekriegt Vor allem, ein Knockback-Stick ist immer ganz gefährlich Ja Knockback-Stick sind so richtig asozial Ah, da ist jemand, ah, da ist jemand Ah, ich laufe, ah, ich bin dort Alter, wir schreiben 100 Leute auf WhatsApp Kenn ich So Äh, so, so, so Äh, deine Push wieder Ab ihn? Oh, perfect Das wär sonst, glaub ich, unser Ende so gewesen So, äh, was brauch ich noch? Mir gefällt dein Skin Bisschen grell, aber Ja Wie? Nicht nice Bisschen grell das Skin, aber schon Ne, ne So, äh, haben wir noch Eisen hier drin? Ja, perfect Okay, dann mach ich mir einen Dreier schwarz So, so Alter Wer schreibt mir, okay, irgend so ein Hund schreibt mir Äh, er ist hier Äh, okay Ich geh Ich geh Und fliegt Kommt zu dir runter, hinüber Ich hab mich eingebaut Achtung, er ist da oben, er ist da oben Ich hab ihn gehittert Ich hab ihn gehittert Okay, er kann mich, sorry, fast nicht runterknocken Auf jeden Fall Nicht leben Er ist nicht der Schlauste Komm nur runter Komm nur runter Komm nur runter Jetzt komm runter Ich hab ihn gehittert Okay, der Blaue spammt mich zu von der Mitte mit Bogen Ich hab ihn gehittert Ich muss laufen, weil es sonst auch tut Ich glaub ich weiß, was die machen wollen Weil der Blaue, wenn der Blaue jetzt pusht, dann Dann Glauben die, dass wir die nicht Ah, ah, ich geh zurück Ich geh anscheinend vorstündig Hat nur das Dauer wurde gekillt Nein, 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 der baut unser Bett ab Der baut unser Bett ab Halt's mal, halt's mal Verpiss dich Alter, okay, beschützt du das Bett Ab Alter, der hatte schon fast unser Bett Hast du ihn? Ne, ich hab ihn immer noch nicht Der ist so Der baut sich immer ein Der regt mich so auf mit seinem Knockback-Stick Nicht mehr vorstellen Passt du auf das Bett auch unten Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Okay, okay Das bammt Alter! Ich hab ihn einmal gehittet, aber ich weiß nicht, ob er unten ist Ich glaub nicht Ich muss aufpassen Ist hier Hat sich eingebaut Er ist unser Bett Okay Ähm Nein Er hat mich... Man, der Knockback-Stick-Sick-Kombos Alter Er hat ne Spitzhacke Alter, nein Lauf 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 Ich laufe einfach Ah Ich... Mir ist zum letzten Mal der gefällt Ah ja, ich kann hier gar nicht respawnen Warte, du kannst hier jetzt runterkicken, wenn du schlau bist Ah Verbiss dich Oh! Er ist am falsch angestammt Oh! Oh, schön Schön, Junge Ich hol mir Gold, ich hol... Das ist eineinhalb Herzen, ich bin so tot Ich sag's dir Ich spektate für dich Ich spektate für dich Okay Sag mir, ob jemand kommt Ne Ähm... Also, die bekämpfe sich gegenseitig Der Blaue hat sich zu... Ähm... Rot geportet Alter, wie lebe ich immer noch? Ich versteh es nicht Okay Ähm... Bogen, Bogen, Rüstung Ähm... Das hab ich mir auch gecraftet Ähm... Und dann hier hoch Ähm... Der Blaue... Der Blaue pusht wieder Essen, essen, essen 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 in der Mitte beim Gold Ähm... Und was mach ich noch? Ich brauch Blöcke Okay Okay So, so, so... Pfff... Okay Ich leb noch Ich bin gleich tot Ich kann das fast nicht mal gewinnen Alles ist gut, wie du willst bist Hab ihn einmal gehittert Was war das? Was war das? Was war das? Okay, ich geh rauf, weil hier ist es mir ja zu unsicher Oh... 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 Hätte ich halt fast mit einem Pfeil von ganz unten hinauf... Genockt Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand Äh... Achtung, er spammt Bo Okay... Ich fässer Er pusht, er pusht, er pusht Ich hab keine Spitzake, shit Achtung, er hat immer noch nen Bau Okay, ich bleib drinnen Ho! Havin Pfff... Kritische Situation Ich laufe Ich glaub, der Block hat mich gesalfst Okay, 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 okay Schnell, schnell, schnell Äh, die sind zu zweit Ja, Wett würde ich mal sagen Äh, äh... Deine Pust ist jetzt beim Silber Er ist runtergefallen Wow Er war so... Er war so übel sicher, dass er dich jetzt holt Er ist besser geschlagen Okay, da war... Er wartet jetzt auf Handmaid Holy shit Ich bin gleich los, ich schwöre Okay Äh, Potions Achtung Ja, da bin ich tot Sag mir, ob er kommt, sag mir, ob er kommt Ich... 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 Zuerst immer noch bei dem kleinen Käfig Den du hier gebaut hast Äh, ich hab mir zwei Instant Healing Potions gekauft Nice So, hab mir eine Ich hab liebendis Pusht 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 Ich weiß was, ich glaub jetzt einfach um ihn um mich herum Okay, ich glaub Oh, die Jump Run Skills sind da! Die Jump Run Skills sind da! Die Jump Run Skills sind da! Ach du, der kommt der andere Der eine kommt! Ja, rip Von zwei Seiten War ich der Letzte? Nein, ich war nicht der Letzte Okay Ähm Jetzt... Ich glaub Blau gewinnt, weil... Ja Willst du mal ein anderes Spiel zocken? Ähm... Ja, welche Spielmodi gibt's denn? Okay, weißt was? Weißt was? Weißt was? Das machen wir dann im nächsten Part Ähm, wo bist du? Jo Äh, ich bin... Petros Lobby Also Leute, das war's denn mit der Folge Willst du noch was sagen? Jo Wir machen auf jeden Fall mehrere Parts zusammen Da könnt ihr sicher sein Ja Und... Ja, ich würde sagen bis zum nächsten Part Und... Ciao Ciao